Wer Bitcoins, eine digitale Währung, senden und empfangen will, braucht eine Wallet, eine digitale Geldbörse. Jede Wallet hat einen privaten Schlüssel in Form eines Zahlencodes, der die Transaktionen automatisch kennzeichnet. Jede Transaktion wird von jedem Computer im Netzwerk in einem verschlüsselten Datenblock aufgezeichnet und an die bestehende Blockchain angehängt. Der Empfänger sieht in seiner Wallet, dass die Bitcoins angekommen sind. Wer Bitcoins, eine digitale Währung, senden und empfangen will, braucht eine Wallet, eine digitale Geldbörse. Jede Wallet hat einen privaten Schlüssel in Form eines Zahlencodes, der die Transaktionen automatisch kennzeichnet. Jede Transaktion wird von jedem Computer im Netzwerk in einem verschlüsselten Datenblock aufgezeichnet und an die bestehende Blockchain angehängt. Der Empfänger sieht in seiner Wallet, dass die Bitcoins angekommen sind. Wer Bitcoins, eine digitale Währung, senden und empfangen will, braucht eine Wallet, eine digitale Geldbörse. Jede Wallet hat einen privaten Schlüssel in Form eines Zahlencodes, der die Transaktionen automatisch kennzeichnet. Jede Transaktion wird von jedem Computer im Netzwerk in einem verschlüsselten Datenblock aufgezeichnet und an die bestehende Blockchain angehängt. Der Empfänger sieht in seiner Wallet, dass die Bitcoins angekommen sind.